Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist erst was. Ich muss noch zum Treffen. Oh, ich hab Siu-Sang getroffen. Er arbeitet für den Gemeinderat. Du weißt schon. Wir haben uns unterhalten. Er hat mir Tipps gegeben. Die Zentralverwaltung will wieder mal gegen religiösen Glauben vorgehen und neue Angriffe gegen Hauskirchen verstärken. Gegen die, die gottesgläubig sind. Wer ermittelt. Wer Infos liefert, der wird belohnt. Ich sah gerade eine Notiz zur Einwohnerüberwachung in unserer Gemeinde, um Gläubige zu melden. Christen haben harte Zeiten, solange die KPCH an der Macht ist. Wir können jederzeit ins Gefängnis gesteckt werden. Ohne Gottes Führung und Schutz hätten wir unseren treuen Glauben nie so fortsetzen können. Ja. Egal, wie hat uns die KPCH verfolgt, wir müssen uns weiterhin versammeln, das Evangelium verbreiten und Gott bezeugen, damit Gott unseren Glauben gerade jetzt perfektioniert. Du hast so recht. Je mehr die Partei uns verfolgt, desto stärker müssen wir glauben. Ja, ich gehe jetzt. Okay, es ist nass draußen. Sei vorsichtig. Gut. Gut. Also, bitte. Schwester Xau, bitte pass gut auf die Quittung für die Stiftung auf. Okay. Schwester Liu, wie läuft der Druck des Buches? Das Wort erscheint im Fleisch? Wenn alles glatt läuft, wird's am Monatsende fertig. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt, da immer mehr Leute Gottes Werk studieren und annehmen, müssen wir sie Gottes Wort so schnell wie möglich lesen lassen. Passt recht. Wir müssen sein Werk jetzt gemeinsam beschleunigen. Okay. Sprechen wir über die Evangelisierung. Ja. Ist das die Polizei? Schnell, die Bücher Gottes weg. Keine Bewegung. Polizei. Keine Bewegung. Aufstehen. An die Wand. Schnell. Sofort. Durchsuchen. Stillgestanden. Das ist Privatgelände. Wo ist der Durchsuchungsbefehl? Nicht so frech. Durchsuchungsbefehl? Gottesgläubige wie euch können wir jederzeit hochnehmen. Wir brauchen keinen Beschluss. Welches Gesetz bricht den Glauben an Gott? Mit welchem Recht verhaftet ihr Christen? Schnauze! Erzähl nichts vom Gesetz. Hör zu. Glaubt ihr an Gott? Brecht ihr das Gesetz der kommunistischen Partei? Darum werdet ihr geschnappt. Kapiert? Steh nicht frech werden! Ihr setzt mich mit Gewalt einer Durchsuchung aus. Das ist eine Verletzung der Menschenrechte. Das ist illegal. Menschenrechte. Hier in China verlangst du Menschenrechte? Such dir ein anderes Land für deine Reinkarnation. Spricht nicht von Menschenrechten in China. Chef, schau. Alle mitnehmen. Das ist eine Menge. Die ist sicher eine Kirchenanführerin. Diesmal sind wir wohl auf was Großes gestoßen. Und jetzt? Wie geht's weiter, Chef? Wie wohl? Die Höhergestellten oben wollen die Hauptpersonen dieser Gläubigen selbst und alleine befragen. Bringt die beiden Frauen zur Abteilung der Kripo. Und die dritte befragen wir heute Nacht. Jawohl. Käpt'n Chen. Mein Gott, so wie ich es sehe, werden die Polizisten mich sicher für ein Geständnis foltern. Ich bin nervös. Führe mich, mein Gott. Der Herr Jesus sagte, Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Gestehe jetzt, wo habt ihr die 70.000 Yuan der Kirche versteckt? Wer sind deine Anführer? Wie kontaktiert ihr sie? Ich habe nichts Illegales getan. Warum wollt ihr mich verhören? Welchen Grund und welches Recht habt ihr, mich nach Kirchengeld zu fragen? Lass den Unsinn! Du bist hier und du antwortest ehrlich auf die Fragen. Sag es! Käpt'n, diese Gläubigen, es sind Starrköpfe. Sie werden nichts zugeben. Wir müssen hart rangehen. Rede jetzt! Ich schlag dich tot! Rede! Oder ich springe schon! Redest du jetzt? Rede schon! Verdammt! Rede! Rede schon! Wo ist das Kirchengeld? Red schon! Oder du kommst nicht lebend raus! Red schon! Rede! Schnell! Wo ist das Geld aus eurer Kirche? Wer sind eure Anführer? Sag es! Du willst nicht? Sag es! Sag es! Spuck es aus! Sag es besser! Sag Namen! Los, mach es! Sag es! Ja? Nein! Nein! Jetzt zeig ich's dir! Rede! Rede! Sag es! Wer sind deine Anführer? Verdammt! Ich glaube, du willst die Elektrostöcke wirklich zu spüren bekommen. Wenn du nicht redest, bekommst du gleich mal den Stock zu schmecken. Du wirst ihn da spüren, wo es wehtut. Rede! Rede! Kapitän Chen! Unwichtig! Weck sie jetzt auf! Spiel hier nicht mutig! Wenn ich dich hier umbringe, wird's keiner wissen! Riede! 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 Hörst du mich? Wasser her! Das Wasser ist jetzt kalt! Er friert hat! Geht! Werft euch im Nebenraum auf! Wenn sie die Kälte nicht mehr aushält, wird sie darum betteln, alles zu sagen! Gott, ich halte es nicht mehr aus! Ich fürchte, dass ich zu Tode gefoltert werde! Gott, bitte gib mir Glauben und Kraft! Gott sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wenn Menschen bereit sind, ihr Leben zu opfern, wird alles unbedeutend, und niemand kann sich ihrer bemächtigen. Was könnte wichtiger sein als Leben? Die Polizei foltert mich so, um mir eine Todesangst zu machen und Gott zu verraten. Wenn ich am Leben bleiben und Judas werden will, werde ich nicht nur nicht das Leben erlangen, sondern auch von Gott bestraft werden. Gott, mein Fleisch ist schwach, aber ich will Dich nicht verraten. auch wenn es den Tod bedeutet, muss ich Zeugnis ablegen. Diese ganze Nacht lang betete ich zu Gott. Ich fühlte, dass ich nicht durchhalten würde, wenn ich aufhörte, Gott anzurufen. Ich wurde auch durch Gottes Wort ermutigt, das mir Vertrauen und Kraft gab, um weiterzumachen. Sogar der Schmerz verschwand einfach so. Käpt'n, die Schlampe sagt nichts. Sie ist sehr hart im Nehmen. Sogar bei Folter. Was sagen wir denen da oben? Ich weiß nicht. Käpt'n Jia wird's wissen. Was gibt's? Noch ein hartnäckiger Fall? Käpt'n Jia, Käpt'n Hu, ihr seid da. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz. Bitte. Sag es. Wo sind die 70.000? Wie heißen eure Anführer, ha? Mit wem trittst du in Kontakt? Verdammt! Wirst du es wohl sagen? Wenn nicht, werden wir dich einfach töten. Hey, hey! Warum schlägst du sie so? Siehst du, was an der Wand steht? Was ist es, das du nicht nett sagen kannst? Hey! Warum ist sie noch gefesselt? Nimm die Fesseln ab! Sauli? Nicht wahr? Durstig? Hier, trink was. Ach, keine Sorge. Ich tu dir nichts. Ich wünsche mir nur eine normale Unterhaltung mit dir. Wie ich höre, hast du eine glückliche Familie? Einen liebevollen Ehemann? Und einen sehr aufmerksamen Sohn? Wenn sie erfahren, dass du so geschlagen wurdest, werden sie sich sehr schlecht fühlen. Sag mal, du führst doch so ein gutes Leben. Warum musst du an Gott glauben? Sieh mal, du hast wegen deinem Glauben an Gott mit deiner guten Familie gebrochen. Ist es das wert? Du vermisst deinen Ehemann und deinen Sohn? Mach es so. Du machst uns klar, wen du kontaktierst und wer deine Anführer sind. Und wir lassen dich dann gehen. Und du bist wieder bei deiner Familie und dann bist du frei. Was denkst du? Du hast keine Ahnung, warum ich nicht wieder zu meiner Familie kann. Und wer mich so leiden lässt? Seitdem die KPCH an der Macht ist, haben sie schonungslos und gemein religiösen Glauben verfolgt und wie besessen Christen gefangen. Sie haben es Christen untersagt, heimzugehen, denn man hat ihre Familien zerschlagen und sie getrennt. Die KPCH ist der Vollstrecke an der Verfolgung der Familien von Christen. Halt's Maul! Hey! Ihr foltert mich wegen meines Glaubens und wollt, dass ich meine Brüder und Schwestern verrate. Sie sind genauso wie ich. Sie glauben einfach nur an Gott, ohne irgendein Verbrechen begangen zu haben. Was ihr tut, ist gegen das Gesetz. Ich werde euch diese Dinge auf keinen Fall verraten. Warum bist du nur so stur? Es wäre besser, pragmatischer zu sein. Wie man so sagt, der Himmel zerstört die, die nicht für sich selbst sorgen. wer sorgt nicht für sich selbst, ha? Wenn du nichts sagst, wirst du doch sehr stark leiden. natürlich weiß ich auch, dass ihr Gläubige gut seid. Ihr habt überhaupt nichts Gesetzwidriges getan. Deshalb versuche ich euch nur zu helfen. Es sollte dir klar sein, dass die KPCH religiösen Glauben voll und ganz verbietet. Besonders eure Hauskirchen sind für die nationale Regierung ein Objekt der Zerstörung und des Verbots. Ich möchte dich daher ermahnen, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Glaubt nicht an Gott, wenn die kommunistische Partei es euch nicht erlaubt. In China finden nur diejenigen Frieden, die sich dem Parteiwillen fügen. Verstehst du? Was ich dir hier sage. Ja, ich verstehe, was du da sagst. Wenn die Chinesen in Frieden leben wollen, müssen sie sich vollkommen der Partei unterwerfen. Auch wenn die KPCH die Verfassung und die Menschenrechte bricht, müssen alle sie trotzdem unterstützen und ihr still gehorchen. auch wenn sie gegen den himmlischen Willen verstößt, den Willen des Volkes, müssen die Menschen sie unterstützen. Nur dann sind sie gute und fügsame Menschen in den Augen der Partei. Jeder, der nicht der KPCH gehorcht, wird gnadenlos verurteilt. die kommunistische Partei schickt ihn ins Gefängnis und beendet sein Leben. Bringt diese Art von politischer Partei den Menschen Frieden? Oder etwa endloses Leiden und Gefahren? Schluss! Du weißt gar nicht, was gut oder schlecht ist. Käpt'n Jir hat dich ernsthaft ermahnt. Trotzdem hast du dich kein Stück bewegt. Ich glaube, du magst es eher auf die harte als auf die sanfte. Hey, hey! Glaubst du etwa, dass wir dir nichts tun, wenn du nicht redest? Wenn du nicht redest, dann ziehen wir dich nackt aus, machen ein Video von dir und stellen es ins Internet und sagen, dass du eine Schlampe bist, die andere Familien zerstört. Ich besudle dich so gründlich, dass dein Ehemann und dein Sohn nicht mehr aufblicken werden. Mal sehen, wie du dann lebst. Du wirst gut darüber nachdenken wollen. Du hast fünf Minuten. Nutze sie. Diese chinesischen Kommunisten-Teufel sind zu allem Bösen und Widerwärtigen fähig. Wenn sie wirklich ein Video von mir machen und es ins Internet stellen, um meinen Namen zu besudeln, wie sollen mein Mann, mein Sohn und ich dann andere noch in die Augen sehen können. Gott, was soll ich bloß tun? Ihr müsst wachen und jeden Moment warten und ihr müsst noch mehr vor mir erscheinen. Ihr müsst die Verschwörungen und die Pläne Satans erkennen, den Geist und Menschen kennen und alle möglichen Menschen, Sachen und Dinge unterscheiden können. Du musst meinen Mut in deinem Inneren haben. Verlasse dich auf meine Weisheit, um auf den perfekten Weg zu gehen. Erlaube Satans Verschwörungen nicht Fuß zu fassen. Die Polizisten der chinesischen Kommunisten drohen, meinen Namen zu ruinieren, damit ich Gott verrate. Wenn ich für meinen guten Ruf Kompromisse mit dem Teufel eingehe, falle ich dann auf Satans Tricks rein und werde ein erbärmlicher Judas? Die alten Heiligen waren bereit, Verfolgung, Schmerz und Erniedrigung zu ertragen, um das Evangelium zu verbreiten zum Zeugnis Gottes. Sie wären lieber Märtyrer, als sich Satan auszuliefern. Sie wurden von Gott gelobt für das wunderbare und mächtige Zeugnis, das sie ablegten. Die Verfolgung und Erniedrigung, die ich nun für den Glauben an Gott erleiden muss, ist glorreich. Ich werde entschlossen auf der Seite Gottes stehen und absolut ablehnen, dass Satan sein Ziel erreicht. Also, denk nach und gib uns Bescheid. Wenn nicht, machen wir das Video. Ich habe euch nichts zu sagen. Ich sehe klar, dass Diskreditierung, dass Besudelung und Ausgrenzung die üblichen Tricks von euch Kommunisten sind. Eure Partei tut alles, um die Menschen dazu zu bringen, den Gott zu verraten. Halt's Maul! In China wird der, der nicht auf die Partei hört, von der Partei korrigiert. So hat es die Partei schon immer gemacht. Dagegen kann niemand was tun. Du fängst besser schnell an, mit uns zu sprechen. Okay. Sie verschwendet nur Zeit. Zur Untersuchungshaft. Befehl der Regionalverwaltung. Wir müssen Sie dazu bringen, uns zu sagen, wo Kirchengeld und Kirchenführer sind. Fesseln wegbringen! Es war am späten Nachmittag. Mein Mann kam nach Hause und ich machte mich fertig und dann noch meine Freundin... Was quatscht ihr? Diese Person ist gläubig. Sie hat Redeverbot. Und ihr dürft ja auch nicht zuhören. Wenn sie über Gott predigt, müsst ihr das melden. Ist das klar? Jawohl. Wo ist das Geld eurer Kirche? Wer sind eure Anführer? Wenn du es mir nicht sagst, kommst du hier nicht lebendig raus. Befehl der Regionalverwaltung. Wir müssen Sie dazu bringen, uns zu sagen, wo Kirchengeld und Kirchenführer sind. Die Polizisten der chinesischen Kommunisten werden nicht aufgeben, solange ich Ihnen nicht sage, was Sie hören wollen. Wir Gottesgläubige folgen dem rechten Weg im Leben. Warum ist die kommunistische Partei so böse? Warum lassen Sie es nicht zu, dass es Gottesgläubige gibt? Urväter des Altertums, geliebte Führer, sie alle widersetzen sich Gott. Ihr Eingriff hat alles und im Himmel in Dunkelheit und Chaos versetzt. Religiöse Freiheit, die legitimen Rechte und Interessen der Bürger? Das sind Tricks, um die Sünde zu vertuschen. Warum so eine resistente Hürde für die Arbeit Gottes aufbauen? Warum verschiedene Tricks anwenden, um Gottes Volk zu betrügen? Wo ist die wahre Freiheit und wo legitime Recht und Interessen? Wo ist die Fairness? Wo ist der Komfort? Wo ist die Wärme? Warum tückische Ränke gebrauchen, um Gottes Leute zu täuschen? Warum von Gewalt Gebrauch machen, um Gottes Kommen zu hemmen? Warum Gott nicht erlauben, frei auf der Erde herumzuwandern, die er schuf? Warum Gott jagen, bis er keinen Ort mehr hat, wo er sein Haupt hinlege? Wo ist die Wärme unter den Menschen? Wo ist das Willkommen unter den Menschen? Er will das ganze Gottes mit einem Streich auslöschen, um ihn erneut zu beleidigen und zu ermorden und versucht, seine Arbeit zu stören und zu vernichten? Wie könnte er es erlauben, Gott auf den gleichen Status zu setzen? Wie kann er es tolerieren, dass Gott in seine Arbeit unter den Menschen auf Erden eingreift? Wie kann er es zulassen, dass Gott sein ekliges Gesicht so entblößt? Wie kann er es zulassen, dass Gott seine Arbeit zerrüttet? Wie könnte es dieser Teufel, in dem die Wut kocht, es zulassen, dass Gott seinen Gerichtshof der Macht auf Erden regiert? Wie kann er willig sein Scheitern gestehen? Seine üble Haltung wurde enthüllt. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Und es ist wahrlich schwer, von ihm zu sprechen. Ist das nicht sein Wesen? Nur weil ich an Gott glaube und das Evangelium verbreite, foltert mich die chinesische kommunistische Regierung so. Sie setzen alle Tricks ein, damit ich Gott verrate. Die KPCH ist wirklich so böse und reaktionär. Wir Menschen wurden von Gott geschaffen. Es ist eine klare Wahrheit, dass wir Gott anbeten und folgen. Die KPCH-Regierung begrenzt uns und hindert uns, an Gott zu glauben. Sie verhaften und verfolgen alle, die an Gott glauben. Was sie tun, ist reaktionär und gegen den Himmel. Nur Satan würde Gott so sehr hassen. Nur Satan würde so fies mit Gott um die Menschen im Wettstreit liegen. Dauernd versuchen, die Menschen zu lenken, sie schließlich zu zerstören und zu verschlingen. Die Regierung der Partei ist der Teufel-Satan, Gottesfeind, der lebendige Dämon der Menschenseelen verschlingt. Er ist mein unversöhnlicher, eingeschworener Feind. Egal wie er mich verfolgt, ich werde treu sein für Gott. Ich würde mein Leben geben für den Bund mit Gott. Diese Gottesgläubigen sind so schwer zu verhören. Sag mir, warum glauben sie so treu an Gott? Sie würde eher sterben als reden. Der Fall, den wir diesmal behandeln, macht so verdammt wütend. Kapitän E., jetzt liegt alles bei Ihnen selbst. Wir müssen sie verhören. Wo das Geld ist und die Kirchenführer, das werden wir sehr gründlich aus ihr herauspressen. Wenn nötig, können wir die Hauptleute der Gläubigen töten, denn ihr Leben ist wertlos. Es ist die Partei, die diese Macht verleiht. Kapitän E., die ganze Folter und auch die Tricks waren unnütz. Bei dir wirkt weder die weiche noch die harte tue etwas. Einer Frau ist die Familie äußerst wichtig. Demütigung fürchtet sie sehr. Ich glaube das nicht. hast du gesehen? Wir haben deinen Sohn und deine jüngere Schwester in Gewahrsam genommen. Ihr seid alle gläubig. Demnach seid ihr geistesverwandt, stimmt's? Schau nur die zarte, feine Haut deines Sohnes. Du könntest es noch Tage hinausziehen. Ich frage mich, wie lange sie es ertragen. Wie ich höre, hat dein Sohn die Uni beendet. Ihn erwartet eine aussichtsvolle Zukunft. Sein Leben wäre ruiniert, wenn er dafür büßen müsste und ins Gefängnis kommt, weil er gläubig ist. Wenn du alles verrätst, was du weißt, lassen wir eure ganze Familie auf der Stelle frei. Die Entscheidung liegt in deiner Hand. Du solltest jetzt sehr gut nachdenken. Papa, Mama? Ja? Die Uni hat mich heute angerufen. Und? Ich soll bleiben und unterrichten. Ich frage mich, wie es meiner Schwester und meinem Sohn jetzt geht. Die zerstörerischen Mittel der Polizei sind so bösartig. Werden sie ihn in Stand halten können? Gott, ich mache mir solche Sorgen um sie, aber ich kann nicht nachgeben und dich verraten. Mögest du mich leiten? Gott sagt, in dieser Zeit wird es in dir einen Kampf geben. Doch du wirst den Schmerz erleiden und aufgeben, was du liebst. Du wirst diese Not ertragen, um Gott zu befriedigen. Und obwohl du Schmerzen im Inneren haben wirst, wirst du dem Fleisch trotzen. Gottes Herz wird zufrieden sein. Und so wirst auch du im Inneren Trost finden. Hier wird wahrlich ein Preis bezahlt. Wenn du auf dem Weg zur Liebe zu Gott bist, um auf der Seite Gottes zu stehen, wenn er mit Satan kämpft und du dich nicht erneut Satan zuwendest, wirst du Gottes Liebe erlangen und in deinem Zeugnis standhaft geblieben sein. Die Polizei bedroht meine Familie, um mich zu erpressen, damit ich Gott verrate, meine Geschwister zu verkaufen. Das ist die Versuchung Satans. Ich bleibe Gott treu, um Stand zu halten und für Gott Zeugnis abzulegen. Ich werde nie zulassen, dass der Schutz meiner Familie mich Gott verraten lässt. Was ist? Hast du entschieden? Sage es! Wo ist das Kirchengeld versteckt? Wer sind eure Anführer? Was ich zu sagen habe, habe ich gesagt. Und ich sage nicht, was ich nicht zu sagen habe, egal wie sehr er mich zwingt. Nun gut, du willst nicht gestehen. Dann kommst du heute Nacht an einen guten Platz. Dort wird für dich sehr, sehr amüsant. Käpt'n, diese Frau ist so stuhl. Wir nahmen ihre Familie nicht fest. Und selbst wenn es so wäre, denke ich nicht, dass sie reden würde. Ich möchte gerne sehen, wie viel Rückgrat sie hat. kann mir nicht vorstellen, dass sie die Nacht durchhält. Gott, ich weiß nicht, was für eine noch grausamere Folter die Polizisten bei mir anwenden werden. Mögest du mir glauben und Stärke geben. Geh, rein da! Käpt'n? Die Temperatur liegt jetzt bei minus 25 Grad. Wenn du jetzt nicht gestehst, dann wirst du vollkommen nackt zu Tode frieren. Sag es! Wie sind die Namen deiner Anführer? Wo wohnen sie, ha? Wie tretet ihr in Kontakt? Titi aus, ganz nackt! Fasst mich nicht an! Lasst mich los! Ihr nennt solch menschen? Was ihr tut ist so gewesen los! Habt ihr keine Angst vor dem jüngsten Tag? Jüngster Tag? Ha! Wir Kommunisten haben nicht mal Angst vor der Hölle! Forst vorm jüngsten Tag! Macht schon! Ihr Rohlinge! Ihr Schalkale! Oh! 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 Ich helte nicht aushalten. Ihr, ihr werdet nicht einmal eine kranke Person verschonen. Seid ihr eigentlich noch Menschen? Ich werde deinen Fieber behandeln. Dann kriegst du Herzleiden, Rheuma und Nierenleiden. Dann werden auch Unsterbliche dich nicht mehr heilen. Los, kaltes Wasser. Verschüttest du das Wasser, dann bring ich dich um. Über den Rücken. Wirkt das nicht, soll sie erfrieren. Hey, du bist eine wirklich gute Tänzerin. Wenn ich diese Ansammlung von Gesindeln, Dämonen und Schakalen vor mir sehe, ist mein Herz voller Hass. Sie sind wie Dämonen der Hölle, die ihr Vergnügen aus der Verletzung anderer Menschen ziehen und Freude am Leiden von Menschen haben. Sie haben keinerlei Gefühle und Menschlichkeit. Sie kennen nur Tyrannei und Grausamkeit. Hier, das ist für deine Schwellung, ha? Hier, sag es! Wo ist das Kirchengeld? Ha? Sag es! Wenn ich immer noch nicht rede, werden sie immer wieder mit Elektrostöcken meine Schenkel und Genitalien berühren. Jeder Stoß war wie unendlich viele Nadelstiche in meinem Körper. Der Schmerz war unerträglich. Noch abscheulicher war, dass einer der Polizisten meine Brustwarzen mit Essstäbchen quetschte. Es tat so weh, dass ich immer weiter schrie. Dann steckten sie eine Flasche mit Eiswasser zwischen meine Genitalien und Schenkel. Die stechende Kälte durchlief sofort meinen ganzen Körper. Ich fühlte, dass ich zu einem Eiszapfen wurde. Ich wurde auf einen Eisenstuhl gefesselt. Es gab keinen Raum für mich, um zu fliehen. Es gab nur Folterung und Beschämung durch die Dämonen. Das unaussprechliche Gefühl war noch viel grausamer als der Tod. Dann gingen sie dazu, über mir Senfwasser in die Nase zu gießen. Der brennende Schmerz in meinen Nasenhöhlen verbreitete sich sofort in meinem Gehirn. Ich würgte und erstickte fast. Sie folterten mich immer weiter. Ich konnte es wirklich nicht mehr aushalten. Mein Kopf wurde schwer. Ich rang nach Luft. Es fühlte sich an, als würde ich sterben. Sag es! Käpt'n, Käpt'n, zieh' ich nicht durch. Geht's schon weiter, fürchte ich. Was fürcht'n? Mit dieser frommen Frau müssen wir so sein. Ganz gnadenlos. Geht! Holt ein paar Kiyoshin-Tabletten! Glaubst du nicht an deinen Gott? Wieso ist er nicht gekommen, um dich zu retten? Die Polizei der chinesischen Kommunisten hat mich nicht nur in jeder Weise erniedrigt und gefoltert. Sie entweihten Gott und lästerten schamlos gegen ihn. Ich hasste diese Bande von Dämonen aus tiefstem Herzen. Ich dachte an die Worte Gottes. Jetzt ist die Zeit. Seit langem hat der Mensch seine ganze Kraft gesammelt. Er hat all seine Anstrengungen eingebracht, jeden Preis bezahlt, um das abscheuliche Gesicht eines solchen Demons abzureißen und den Menschen, die geblendet worden sind und Leid und Elend ertragen haben, zu erlauben, sich aus dem Schmerz zu erheben und dem alten Teufel den Rücken zu zeigen. Ich füllte die Kraft und die Entschlossenheit in mir, bis zum Ende mit Satan zu kämpfen. Ich habe mir dann gedacht, egal wie viel Schmerz und Erniedrigung ich erleiden muss, ich werde standhalten, um Gott zu bezeugen. Gott, ich halte es nicht länger aus. Bitte rette mich. Käpt'n, sie wird sterben, wenn wir nicht stoppen. Käpt'n, wir wissen immer noch nichts. Sie darf nicht sterben. Zur Hölle mit ihr! Es ist so frustrierend! Das ist so frustrierend! Gib mir ein Handtuch. Unglaublich, dass die Polizei der chinesischen Kommunisten so ist, jemanden so schlimm zu behandeln. Du hast recht. Die Gläubigen sind nette Leute. Was ist daran mutig, nette Leute festzunehmen? Wären sie mutig, würden sie korrupte Beamte einsperren. Ja. An Gott zu glauben ist schön. Wie kann die Polizei so skrupellos zu diesen Leuten sein, die an Gott glauben? Nicht mal Mördern gegenüber sind sie so. Ja, genau. Gemeinheit. Schreib auf, wie sie dich schlagen. Und wenn du rauskommst, verklag die Polizei. Verklagen? Bei wem denn? Die Regierung, die Polizei, die Gerichte sind ein dunkles Nest, vernunftlos. Ist das Bekommskraft? So viel gelitten. Danke euch sehr. Nachdem ich die Erfahrung von Verfolgung durch die KPCH gemacht habe, während auch ich physisch und mental verwüstet wurde, habe ich Gottes Gegenwart gefühlt, seine Gnade und Gunst, die immer mit mir waren. Ich habe auch die Allgegenwart und Macht von Gottes Wort erfahren. Als ich inmitten des Leidens und der Folter schwach und negativ war, hat Gottes Wort mich getröstet und ermutigt. Er gab mir Glauben und Mut, Satan zu widerstehen. Als ich viele Male Satans Versuchungen und Angriffen ausgesetzt war. Er leuchtete und führte mich das Wort Gottes rechtzeitig, um Satans Tricks zu durchschauen. Als ich der Folter erlag und im Sterben lag, öffnete Gott den Weg für mich und rettete mich aus der Gefahr. Und seine Lebenskraft wird nicht leicht von irgendeinem erschaffenen Wesen oder einer feindlichen Kraft überwältigt. Die Lebenskraft Gottes existiert und strahlt, unabhängig von Ort und Zeit, ihren leuchtenden Glanz aus. Gottes Leben bleibt auch während der ganzen Aufruhre des Himmels und der Erde auf ewig unverändert. Alle Dinge vergehen, aber das Leben Gottes bleibt. Weil Gott die Quelle der Existenz aller Dinge und die Wurzel ihrer Existenz ist. Wären da nicht Gottes Hilfe und Schutz und Gottes Wort als die Macht meines Lebens gewesen, hätte ich der grausamen Verfolgung Satans nicht widerstehen können, noch hätte ich bis heute überlebt. Gott, ich habe deine Liebe für mich gespürt. Würde ich überleben, um eines Tages hier rauszukommen? Würde ich loyal meine Pflicht tun, um deine Liebe zu vergelten? Gott, ich habe deine Pflicht. Gott, ich habe deine Pflicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020